Die Tage muss ich dann überrücken, dass ich dann halt dieses Ding da aktiviere. Ich weiß, was dann sonst passiert. Ich muss noch ein bisschen durchschlafen. Feuer wird vielleicht eventuell nicht reich. Was so ein bisschen komisch ist, wenn man das auffüllt, dann muss das genau mit dem Schlaf einpassen, aber das macht nix. Die Apule freut mich, die tun mich, wenn du auch weg gehst. Gut, wir verlieren die Sachen nicht, die bleiben wir da liegen eher. Können wir mal krumm. Es kommen 6 Uhr morgens. Wenn das Feuer ausgeht, dann stehen wir auch auf, wie ich sagen. Ja, sollte gleich schon sein, ne. Das hält nicht lang. Irgendwo morgens. Das ist eine gute Zeit zum Aufstehen. Ich habe jetzt so viele Punkte, deswegen müssen wir mal ins Leder kommen. Einpickern. Was haben wir jetzt hier? Erz? Achso, das waren meine. Ja, stimmt. Ah ja, ciao. Tschüss. Wenn wir überall ein bisschen noch ein Feuer aufstellen, ist das ganz geil. Ciao. Ciao. Ich habe jetzt so keinen Bock, mit dir zu spielen eigentlich. Kannst du jetzt gehen, Herr Wolf? Wäre jetzt mehr ernsthaft. Ja, da hat sie es wieder aufgeteilt, hier vorne. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo die Leitungen sich hinführen. Oder einen Zwischenstopp machen müssen. Als ob wieder der richtige Weg war, weiß ich auch nicht. Da wusste ich noch wann. Überhaupt nicht mal. Aber auch immer noch die Schlüssel. Ah, okay. Wo ist denn da? Dann fanden wir dann hier zu Ende. Aber auch komplett. Kein Eingang. Dann fanden wir noch ein Generator, eine Atemschutzmaske. Dann fanden wir noch die Kartoffelsamen mit. Dann fanden wir die Kartoffelsamen mit. Dann fanden wir die Mittelrationen. Dann fanden wir noch ein paar Konserven, dass der Schneesturm jetzt da ist, ist jetzt halt ein bisschen blöd. Oh, okay. Okay. Das heißt eventuell... Rechts runter. Ich weiß jetzt nicht, wo der Wolf war. Zuletzt. Also wir können ja mal vorvor mal rechts runter gehen. Natürlich die ganze Wildnis etwas. aber wie gesagt das spiel ist ultra macht echt spaß hier so durch den survival einfach durch 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 bam bam immer weiter immer weiter immer malerweise stark sein voll alles voll hier so die beiden schon noch näher die kartoffeln ist wieder als platz wir bauen hier auf wir bauen hier eh ein camp auf erst mal das hier dann also fleisch ok könnte man eventuell was machen bleiben wir jetzt über nacht aber ich lasse eigentlich mein feuer hier was hat das jetzt gerade so ein schwein ok dann habe ich jetzt sozusagen das gerade überbrückt ein bisschen ich mache hier vorne ein rast auch noch den unterschlupf auch beziehungsweise die bergbank ist gerade wichtiger was ausrüsten ist das klatsch klatsch oh wohne komm her wo ist er? komm er kommt oh mein gott Blutung Blutung der ist natürlich fies da brauchen wir eine dickere Rüstung da brauchen wir eine dickere Rüstung ich weiß gar nicht was der jetzt ausgewählt hatte ah die Apule komm eine knallt ich mir noch ein ein so ein Chicken Wing komplett übersättigt so lange wie er nicht hinkotzt aber ist in Ordnung ok ich würde das Leder mal da hinwerfen ich würde gerne einfach eine neue Rüstung machen tschüss Kleidung fertigen oder nämlich noch ein bisschen Holz mit oh ich glaube mein Dall wird offen sicherlich nicht ganz voll nein ok wir müssen die Strommasten weiter ah schon wieder so ein Abzweck ich könnte kotzen ne wir gehen erst nach unten weil das auch wieder so ne kommt kommt greift zu komm her ne bleib mal hier mein Freund so so ja wir gehen nach unten danke vielleicht findet man da noch ein Gebäude oder sowas vielleicht noch ein paar neue ah ich hab keinen Platz mehr das ist das Problem ich kann nichts mehr aufnehmen ich hab schon Waffen Knochen ich kann mein Zelt ausbauen gleich ich geh gerade ein bisschen aus und ich will gerade nicht gegen ihn kämpfen haben Platz mehr für Kräuter gar nichts ich glaube da gehts weiter hier hier ist auch eine Sackkasse hier ist niemals eine Sackkasse ein ekelhafter Sumpf wow kacke Mist vielleicht müssen wir hoch gott merke ich hier so geradeaus durch das hilft weiß ich nicht Mist vielleicht gibt es denn da sind wieder Wölfe oh ah da kommt zwar Eva da durch aber auch wieder Heilsalbe das weiß ich jetzt schon und klappt es mehr da die Richtung ist schon ganz gut da kommen wir auf jeden Fall da auf die Seile zu wir müssen gleich mal einen Platz suchen wo wir dabei sind das ist hier vorne wäre ich gerade gut gewesen da oh war klar da müssen wir uns ein bisschen durchkämpfen hier ne oh mein Gott jetzt noch so einer ne äh 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 die Sackkasse ich kann kotzen jetzt kommt noch ein Schneestuhl ich kann kotzen jetzt kommt noch ein Schneestuhl wir müssen schnell zurück die nicht wo der Eva ist ja da der beste da ich Keine Ahnung, wie lange ich da hier warten soll. Ich wärme das jetzt erstmal ein bisschen auf. Ich kann gerne noch ein bisschen Holz sammeln. Wir gehen einfach in den Unterschlupf rein, das sollte reichen. Verbessern können wir mit dem Arsch, aber 70 Holz. Schon mal gut. Die Stimme ist weg, perfekt. Gehen schlafen. Krank. Absolut krank. Naja, wir füllen uns auf. Kälte jetzt nicht gerade, aber Gesundheit auch nicht. Aber egal, warmes Haus, das ist wichtig. Die Kälte kommt hier nicht rein. Jetzt könnte er vielleicht auch mal ausschlafen. Was noch schlimm wäre, wenn man Durst hätte, dass man ausschlafen müsste, damit man die Ausdauer erhöhen kann. Wenn man wirklich perfekt geschlafen hat, wenn man nicht ausgeschlafen ist oder sowas, wäre bestimmt auch übelst geil. Ich muss gleich hier rechts runter. Ich in diese Sackgasse, die mir auf den Keks, aber das ist das, was man braucht. Die Sackgassen. Die machen das echt ein bisschen aus. Na komm. 4 Stunden noch, das ist halt immer das Blöde, das zu warten. Ich frage mich, ob es noch mehr von diesen Werwölfen gibt, ob man da in diesem Ding auch noch runter kann. Mit dem Lagerstösser hätte ich glaube ich runter gehen können. Aber da muss man sich ausrüsten bestimmt. All den Klamotten. Ich rufe dich mal sehr stark. Geht mein Leben eigentlich hoch gerade? Oh mein Leben geht doch, das ist schon mal insane gut. Und ich wohne aus Küch ist der Stuhl. Die Küch geht auch noch ein bisschen. Sammeln wir gleich Holz, dann tun wir die schon mal abkühlen hier. Einfach keine sollen wir die Meister. Aber besser als gar nichts. So. Die tun wir jetzt ausbauen. Na gut, da ist auch noch ein nächstes Lagerding. Da kann ich mich so ein bisschen noch einstellen. Fähigkeit 1 hier, zack. Verbessern. Dann. Damit Schuh länger halten, warum nicht? Da gibt's ja nicht. Kritische Schaden. Maler Base Schaden. So. Was gibt's hier oben? Fettgewinnung. Wartende Rüstung. Holzlager vergrößert die. Ah, das ist natürlich auch nicht. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen was mitnehmen hier wieder. Das können wir hier empfangen. Das ist ein bisschen das Zeug hier so. Ein bisschen besser. Vier ey. Und wir haben... Oh, wir haben hier nur einen Slot. Und dann packen wir jetzt die nicht rein. Ich pack jetzt die nicht rein. Wööööööööööööööööö. Äh, mein Bain. Die geht auch auf jeden Fall... Gut. Macht nichts, wenn die kaputt geht. Ich sammle erst noch ein bisschen was. okay weiter überlegen nehmen wir auch noch Bockstack welche mit wir gehen den leitungen jetzt nach so langsam nicht was kommen die schon wieder mit einer gabe wenn 6 ist können wir uns auf jeden fall das nächste lager absolut komisch sagt er jetzt wieder zentos ja komm ey müssen wir lang wir müssen da lang aktiviere wieder funktum 1 jetzt mal ernst habe ich das gerade gesehen was da war da war ein eisbär ne scheiße können wir unser lager aufbauen komplett einmal was kostet du? oh du kostet natürlich auch arsch viel ne wir wollen jetzt erstmal die verbesserte Axt aber das ist ein bisschen Salz wieder was weiter drückt erstmal auffüllen zwei Stacks sollten euch denn da gehen wir jetzt auch ja dann gehen wir auf das maximal auf jeden fall auch noch drauf Schuhe halten besser ich hab noch gar keine gemacht stimmt ich könnte noch ein paar Schuhe wieder machen 50 ich weiß gar nicht was vorher war wenn man hin es soll es ja nichts das ist da ein Bär drin ist das Hammer hier ist ein Pilz Schweine ich will eigentlich nicht rein als dann hier wieder reingehen soll na oder ob ich überlegen soll erstmal schlafen zu gehen schlafen ich will überlegen soll hier die Sachen auszubauen Leder zu sammeln zu farmen Holz zu farmen Eisen zu farmen das kann nachher lästig werden wenn wir da anwollen das ganze das ganze wenn Hydra 1 Funktur mit dem Zugriff so kann ich zugreifen ok müssen wir gleich mal zugreifen hab ich den denn das ist die Frage und geht es da und geht es dann hin gibt es da noch einen Funkturm ich frage mich auch wo wir eigentlich gelandet sind hier in dem ganzen Untertitelung des ZDF, 2020